Hallo zusammen, ich bin Tessky und mache die Lehre als Konstrukteurin hier in der Firma Franky. Ich zeige euch mal meinen Berufsalltag. Kommt mit. Es gibt verschiedene Abteilungen, wo man es in Schwertpunktausbildung machen kann, wie zum Beispiel Kaffeemaschine, Werkzeugbau oder Küchentechnik. Ich bin hier im Berufsbildungszentrum. Zu meiner Aufgabe gehören, Bildungssequenzen mit den ersten Lehrjahrlernenden durchzuführen. Das mache ich meistens am Whiteboard, weil es gibt so einen Hilfreichsinn für die Vorstellung. Zu meinen weiteren Aufgaben gehören auch produktive Aufträge. Im Moment konstruiere ich einen Schleifwerkzeugschrank für die Anlage- und Apparatenbauer. Die Entwicklung einer Konstruktion braucht mehrere Absprachen mit dem Anlage- und Apparatenbauer. Hier am besten weiss, wie er den Schleifwerkzeugschrank benutzt und was ihm hilfreich wäre. Weil man die ersten zwei Jahre Grundausbildung hier im Berufsbildungszentrum macht, kennen sich alle Lehrlinge untereinander und haben es auch sehr gut. Wenn ich dein Interesse wecken kann, bewirb dich doch hier in der Firma Franchi. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.